Eher Bock, die Gridnode zu machen, oder? Obwohl, nee, lass die Hauptstory machen. Lass nächsten Schritt die Hauptstory machen und dann... Vielleicht, wenn die Hauptstory fertig ist, dann kommen wir näher an der nächsten Gridnode raus. Könnte auch sein. Schalten wir lieber was frei. Mensch, Rebecca! Würde mich deine Meinung vielleicht kümmern, Noah. Macy, bei mir, wenn du zur Vernunft kommst. Falls Kruger dich nicht vorher erwischt. Faith, bist groß geworden. Kaum bist du aus dem Knast und schon sorgst du für Arger. Deine Eltern wären stolz auf dich. Im Streit ging es um Elysium. Und das, was du dort gestohlen hast? Wer war das denn? Rebecca Fane. Like Novembers Anführerin? Sie kannte meine Eltern. Wir waren alle Teil der selben Gruppe bevor. Hey Carl, Rebecca war schon immer speziell. Sie glaubt an Veränderungen durch Zerstörung. Faith, sie wollte das Omnistat Drive. Die Pläne darauf. Und warum geben wir es ihr nicht? Weil sie auf ihre Weise genauso gefährlich ist wie Kruger. Reflection ist mehr als das Konglomerat zugeben will. Und ich hab das Gefühl, Rebecca sollte es nicht bekommen. Gut, ich wollte es sowieso Dauben geben. Du ergreifst niemals Partei. Das hast du von mir. Doch, das tue ich. Für uns. Also dann. Faith. Was? Vergiss es. Wir sehen uns. Wollte er uns irgendwie nichts sagen? Na? Nicht irgendwie sagen? Was jetzt. Ups. Was jetzt. Was jetzt auf dieses Gerät war, was wir gefunden haben? So viele Hintergründe, ey. Solltest du erst ein Deal mit dem Haus angehen, bevor du ihm die Pläne überlässt. Bei Plastik sind sie vorerst sicher. Okay. Ich könnte doch eine Kopie machen. Nein. Hier geht es um Exklusivität. Wenn Dauben auch nur vermutet, dass es noch eine Kopie gibt, hat das Ding keinerlei Wert mehr für ihn. Auch gut. Die Daten sind ohnehin mit einem Wasserzeichen versehen. Und das könnte selbst ich nicht entfernen. Aufs Fressbrett. Dauben hat ein Restaurant erworben, während du fort warst. Gastrofusion. Angeblich verbringt er im Moment die meiste Zeit dort. Es soll bei der Oberkaste ganz groß in Mode sein. Ach, du meinst eigentlich das eigene Seilgerät. Das eigene Seilgerät hast du gemeint. Ja, ich habe versucht das eigene Seilgerät zu benutzen, aber ich glaube, ich habe noch nicht probiert, an der Wand mit der Kamera hochzulaufen und dann das Seilgerät zu benutzen. Weil ich dachte mir, wenn die Kamera sowieso nicht rot wurde, dann ist es eh nicht mit dem Seilgerät benutzbar. Dann habe ich es einfach gelassen. Wie würdest du die Tatsache bewerten, dass du einen Großteil deiner Community durch Elder Scrolls bekommen hast, dadurch große Polarität zu diesen Titeln? Als Anfangspunkte, kleinere Viewerzahlen bei verschiedenen anderen Projekten, vielleicht einfaches Zufriedenstellen der Community, eigene Präferenzen. Wie ich das bewerte? Inzwischen die meisten Familien aus der Hand. Pyrrhan Delok. Ich kann einfach nicht reden, wenn er die ganze Zeit weiterredet. Eigentlich gibt es da nicht viel zu bewerten, weil das ist normal. Leute, die mit Minecraft angefangen haben, hauptsächlich Minecraft eine Weile lang gespielt haben, die Leute wollen hauptsächlich nur Minecraft sehen. Leute, die mit Dota, League of Legends, Counter-Strike angefangen haben, die haben speziell vor allem nur dort die Zuschauer. Und sonst wird kaum eingeschaltet, bei normalen Let's Plays und bei solchen Sachen. Und bei mir mit Elder Scrolls, vor allem mit Oblivion, Skyrim, was ich mal gemacht habe, eine Mod vorgestellt habe, Falzka, die kam ja auch nicht so gut an. Und also nach den ersten paar Folgen kam sie nicht mehr so gut an. Und ja, ist normal. So haben die meisten Leute hergefunden und so geht es bei den meisten anderen Kanälen auch, die normale Playthroughs oder Let's Plays hochladen und sowas. Das ist da voll und ganz zu 70 Prozent, zu 60 bis 70 Prozent, manchmal sogar mehr rein projektabhängig, wie sehr eingeschalten wird oder auch nicht. Eigene Präferenzen ist schwer zu sagen. Ich habe für... Ich kann einfach nicht weiter... Ich versuche mal trotzdem weiterzureden. Ich hoffe, der wird nicht zu viel labern oder nicht zu laut sein. Bei mir ist es mittlerweile irgendwie tatsächlich schon so, dass ich die Sache mit Oblivion eher als Job sehe. Also es macht mir schon auch noch Spaß, aber es ist nicht so ein so... Oh ja, heute habe ich Lust auf Oblivion, weil ich nicht mehr so lange Oblivion gespielt habe, sondern es ist eher nur so, haja... Oblivion gehört halt dazu. Oblivion ist halt so der Standard. Und dann spiele ich das. Es ist eher so eine Tatsache. Und im Stream spiele ich eigentlich, so wie hier jetzt, eher die Spiele, auf die ich auch persönlich Lust habe. Wo ich wirklich richtig Bock drauf habe, halt durchzulaufen, Sachen zu machen und so weiter. Aber ja. Ich meine, ich habe es gemerkt, wenn ich auf YouTube ankündige, dass ich Oblivion streame, haben wir gleich 80 Zuschauer. Deswegen... Ja. Es überträgt sich halt logischerweise auf alles. Aber hier für... Das ist... Quasi YouTube ist so... Job und Stream ist... Eher in Richtung Freizeit, würde ich sagen. So ein Job, der schon Spaß macht, aber... Trotzdem eher noch ein Job ist. Oh, jetzt... Jetzt bin ich der Nebenquest gefolgt. What the fuck? Wie wollte der mich leiten? Da lang? Echt jetzt? In der Nähe steht eine Lieferung zur Abholung bereit. Alessi! Danke für den Follow. Bediene dich an der Käseplatte. Oh, drunter. Okay. Falls du nochmal ein Skyrim-Let's Play machen würdest, füg als Tipp gemeint Fairytale-Musik-Pack hinzu. Ist eine sehr gute Musik zu Skyrim. Kann ich nicht. Gamer. Also, wenn das die Fairytale-Musik ist vom Anime-Fairytale, dann ist die ganz klar gekopyrightet. Kann ich nicht machen. Aber wenn die Musik nur Fairytale-Musik heißt und in Wahrheit irgendwas Selbstkomponiertes ist von irgendeinem Typen, dann kann man sich das überlegen. Was ich jetzt nicht glaube bei dem Namen, aber ja. Aber ja. Ich dachte, die umarmen sich jetzt. Hey, Freunde! Faith! Dass du mich mal mit deiner Anwesenheit beehrst. Tut mir leid, es ging einfach nicht früher. Es liegt mir fern, dich zu verurteilen. Schließlich schuldest du mir ja nichts. Also, was das angeht, ich weiß, wie ich meine Schulden begleiche. Also bitte. Wir haben uns zwei Jahre nicht mehr gesehen und du fängst gleich davon an. Komm mit. Maschinen schaffen Perfektion. Doch Perfektion ist langweilig. Nur durch Unvollkommenheit entsteht etwas Einzigartiges. Also füge ich gerne hier und da eine menschliche Note hinzu. Etwas Unvollkommenheit. Sie haben sie noch. Ich dachte... Ich würde sie wegwerfen. Ich war kurz davor. Du hast mich wütend gemacht, Faith. Was offenbar deine Spezialität ist, wenn man sich ansieht, wie sehr du kürzlich Mr. Kruger verlagert hast. Er will Runner Blut sehen. Was du ihm auch gestohlen hast, muss überaus wertvoll sein. Es sind die Pläne für Reflection. Und hast du sie bei dir? Nicht im Moment, aber... Wir reden weiter, sobald du sie hast. Bis dahin... ...könntest du mir ja vielleicht deinen guten Willen beweisen. Ernancey ist mit seinen Zahlungen im Verzug. Eine menschliche Note könnte das ändern. Okay, alles klar. Also, was soll ich machen? Geh zum Ernancey-Emporium. Den Rest erfährst du unterwegs. Faith, um ganz nach oben zu kommen, braucht man die richtigen Werkzeuge. Ich habe im Lagerraum eine Kleinigkeit für dich deponiert. Ach, da ist noch eine Tür gewesen. Eine Kleinigkeit? Die Spitze des Ernancey-Emporiums zu erreichen. Geh aber vorsichtig damit um. Eine Spitze zu erreichen? Magrobe hochziehen. Der war sogar ein bisschen flüssig. Seht ihr die Vorschau? Seht ihr, wie die Kamera aussieht auf der Vorschau, wo man sich hochziehen kann? So eine Kamera, die nicht so runterhängt, sondern so an der Wand befestigt ist. Ja, damit hätten wir die ganze Zeit das Gebäude erreichen können. Damit wird es jetzt einfach gehen, an die Werbetafel zu kommen. Das war genau das, was gefehlt hat. Das war alles, was ich die ganze Zeit gewollt habe. Ich habe für Ernancey etwas ganz Spezielles im Sinn. Als weiterer erzähle ich dir, wenn du den Turm erreicht hast. Geh lang, ja? Das kann man auch machen? Wie wäre es mit einem Abendessen, wenn unsere Transaktion abgeschlossen ist? Ja, ein Abendessen ist gut. Ich werde uns etwas ganz Besonderes zubereiten. Und wie geht es Noah dieser Tage? Er schlägt sich immer noch so durch, nehme ich an. Ganz so wie ein rechtschaffender Mitarbeiter. Ich kann auf diesem Kanal mitführen, Toben. Ich weiß. Sie schicken sie also mal wieder auf einen ihrer kleinen Botengänge. Wie wird ein Ernst sie vor Augen führen, was es bedeutet, wenn man seine Schulden nicht bezahlt? Eine durchaus passende Aufgabe für sie. Denken Sie nicht auch? Wie ausgesprochen subtil. Was ist mit dem Objekt, das wir für sie haben? Es sollte mehr als ausreichend sein. Ich werde mich über den potenziellen Wert ihres Angebots erkundigen. Aber eins nach dem anderen. Eins darfst du nie vergessen. Toben kümmert sich immer zuerst um sich selbst. Ach, das tut weh, Noah. Außerdem ist es nicht wahr. Ganz bestimmt ist es wahr. Ganz bestimmt. Hallo, Ulbricht. Bist ein guter Streamer. Danke, Alessi. Aber dieser Stream ist eher so eine kleine Shitshow. Leider, leider. Okay. Weil heute mein Hals im Sack ist und ich auch selbst relativ energielos bin. Du bist Dogen, dem König der Unterwelt von... Hast du es schon jemals gekostet? Stimmt, Kalbfleische. Meistige Angehörigen der Mittelkaste verbringen ihr ganzes Leben, ohne je den Geschmack von echtem Fleisch kennenzulernen. Oder bist du vielleicht Vegetarierin? Mein Risotto ist exquisit. Ich habe noch nie Risotto gegessen. Wir könnten natürlich auch Ente essen. Oh, lecker. Ich erwarte in den nächsten Tagen eine Lieferung aus Cascadia Prime. Oh, und Noah, Sie sind selbstverständlich nicht eingeladen. Ente mit gebratenen Nudeln. Da würde ich ja lieber mit Gabriel Kruger zu Abend essen. Darf ich jetzt vorlesen? Er hat die Zeichnung deiner Mutter noch immer und du bist wegen früherer Fehler immer noch ein... ...dass ich neugierig auf Reflection bin. Die Familien scheuen jedenfalls keine Kosten und Mühen, um es anzupreisen. Dennoch verhält niemand, was genau es eigentlich ist. Wollen Sie etwa nicht eins mit dem Grid werden, Dogen? Ich ziehe es vor, selbst zu entscheiden, wie ich auf den Grid zugreife, Noah. Außerdem sind die Mitarbeiter doch bereits mit dem Grid verlinkt. Ich frage mich, was Reflection dem noch hinzufügen wird. Also, Zeichnung aufbewahrt von der Mutter. Dogen scheint jedoch ernsthaft an den Reflection Plain interessiert zu sein und ist vielleicht bereit, im Austausch für sie deine Schulden zu vergessen und dir die Zeichnung zu überlassen. Er will allerdings, dass du einen Job für ihn erledigst, während er weitere Nachforschungen anstellt. Die Anan, sie, Corporation, hat ihn verärgert und du sollst ihr eine Lektion erteilen. Okay, alles klar. Risotto ist eklig. Oh, echt? Holy shit. Ein riesiges Gegengewicht, das dazu dient, das Gebäude vor Erdbeben und Hurricanes zu schützen. Aber nicht vor mir. Es wird unser Instrument der Zerstörung sein. Hat Anan, sie das wirklich verdient? Kommt, ihr verzweifelt, Faith. Anan, sie ist nicht gerade eine Kraft des Guten. In ihren Greyland-Fabriken sterben jeden Tag Angehörige der Unterkaste, während sie Zahnstocher und Windeln für die Mittelkaste hier in der Stadt produzieren. Tu es für sie, wenn du es schon nicht für mich tust. Ähm. Fast. Faith. Hallo Flexbecks. Wann sind die Streamzeiten? Steht auch unter dem Stream. Ich streame immer Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag. Manchmal, wenn, so wie jetzt gerade, so ein Release von Mirror's Edge Catalyst ansteht, dann mache ich vielleicht auch mal einen Extratag. So wie gestern haben wir frisch angefangen. Oh Gott, hier kann ich ja wirklich rein. Zum Glück scheinen die sich nicht davon zu stören, dass ich hier unterwegs bin. Oh wow. Oh wow, Jesus. Bau es doch noch höher. Ähm. Okay. Ich, äh, bleiben. Ähm. Oh, hier ist abgeschlossen? Ähm. Ich sollte gar nicht hier sein. Das ist ein Problem. Scheiße. Scheiße. Glitch. Woo. Ähm. Hack. Nein, ich will da rein. Ah. Hilfe. Hilfe. Nein. Nein. Ich möchte das. Fuck. Ich will nur wieder zurück. Äh. Fall. Das habe ich mir nicht fest vorgestellt unter Speedrun-Route finden. Wieso, wieso fällst du nicht? Fuck. Ich kann mich nicht mal umbringen. Shit. Ich kann hier nicht. Yes. Bitte, bitte spawne mich in den normalen Bereich rein. Holst du dir Watch Dogs 2? Ich, ich habe nicht mal, äh, Watch Dogs 1 gespielt. Also Watch Dogs 2 werde ich mal. Ich habe Watch Dogs 1 mir gekauft, aber ich habe es, ich habe es noch nicht mal ausprobiert bisher. Ah, puh. Gut. Alles klar. Alles unter Kontrolle. Ich weiß, wie der... Hase läuft. Oh, ich habe so viel Gas heute. Oh mein Gott. Oh Gott, bitte. Es ist noch normal hier. Okay. Es ist kein Bug, es ist ein Feature. Ja. EA Sports. It's in the Bugs. Ich habe das Problem gelöst. Sorry. Oh, Baby. Uh. Das war schon befriedigend, muss ich sagen. Okay. Oh mein Gott. Das... Ich bin beeindruckt von mir selbst. Ich nehme mal an, dieses Schwingungs-Dings, da wird gewaltigen Schaden verursachen, oder? Ja, da liegst du richtig. Und was ist mit den Arbeitern hier? Was soll mit ihnen sein? Genau, das hatte ich befürchtet. Ich schaffe sie hier raus, Dogen. Dazu muss ich nur den Feueralarm auslösen. Ganz wie du meinst. Ich bin mir sicher, wenn du sie nur nett genug darum bittest, werden sie das Gebäude folgsam verlassen. Würdest du gerne spielen, Watch Dogs 1? Ja, ich würde schon gerne spielen, aber ich habe so viele Spiele, die ich gerne spielen würde. Also, erst mal... Kick doch... Longer... Wie kommt man... Ich will da... Warte. Oh Gott, bitte nicht. Bitte verbagge mir nicht wieder hier. Äh, ist mir gerade zu blöd, für den Koffer einen anderen Weg zu suchen. Ich weiß erst, ob ich spielen will, wenn ich es ausprobiert habe. Ich muss Watch Dogs erst mal so 3-4 Stunden ausprobieren, weil es ist ja ein längeres Game, um herauszufinden, ob... Ich habe doch gedrückt! Um herauszufinden, ob es überhaupt ein Game für mich wäre. Deswegen. Wann hat er sich eingebürgert, dass schlecht gelegte Schläucher eine Stelle zum Hochklettern markieren? Gute Frage. Wie vielen Bugs bist du schon begegnet? Einem. Den, den du vorhin gesehen hast. Ich glaube, das ist tatsächlich... Ich glaube, das ist tatsächlich bisher so... Oh, okay, Bro. Das war nicht so geschickt dieses Mal. Das war bisher so... Die... Also, noch so ein paar kleinere habe ich auch noch gesehen. Aber es war bisher so die einzige richtig große Glitch, wo ich sagen muss... Gerade eben hier was so... Aber ansonsten... Das hat dich befürchtet. Ich schaffe sie hier raus, Dogen. Dazu muss ich nur den Feueralarm auflösen. Ganz wie du meinst. Ich bin mir sicher, wenn du sie nur nett genug darum bittest, werden sie das Gebäude volksam verlassen. Mist. Ich wollte auf die... Oh, ist das tief. Ich wollte mich auf die Stange schwingen zum Dingsen. Warte, ich muss das mir kurz angucken. Sieht einfach zu geil aus hier. Bisschen hoch, aber ansonsten... Hallo, Gronkh-Fan. Wir spielen momentan jeden Tag bis um 13 Uhr FIFA in der Schule. What? Ist gerade wieder Zeit für Jahresende oder so? Oh Gott. Yes, das war ja. Ich finde den Feueralarm. Holy shit. What? Oh. Ich muss sagen, so... Mit dem Kletterseil und mit dem Upgrade vom Kletterseil bin ich schon so ein bisschen beeindruckt, was für ein Momentum und so weiter du aufbauen kannst. Oder könnte es theoretisch. Hast du Höhenangst? Kommt drauf an wie extrem. Wenn ich mit voller Geschwindigkeit am Rennen bin und dann an einer Kante stehen bleibe, wo es einen Kilometer nach unten geht, dann dreht es sich mir schon so ein bisschen. Ich habe sowieso eine total merkwürdige Höhenangst. Mir wird schwindelig, wenn ich zu lange in den Himmel hochgucke. Irgendwie keine Ahnung warum. Einfach die Vorstellung in meinem Kopf, dass es da oben so viele Kilometer hoch geht und dann noch ins Universum und noch viel weiter. Irgendwie wird mir schwindelig, wenn ich... Was voll blöd ist, weil ich mochte es eigentlich... Das war noch nicht immer so. Ich mochte es eine Weile lang echt, mich so auf eine Wiese zu legen, in den Himmel zu gucken. Das war voll schön für mich. Und irgendwann fing mir einfach an, schwindelig zu werden. Quasi umgekehrte Höhenangst. Irgendwann fing mir einfach an, schwindelig zu werden, wenn ich in den Himmel gucke. Wenn ich sehe, wie weit entfernt alles ist und so. Aber ich darf dann keine Häuser, Dächer, keine Flugzeuge und nichts anderes sehen. Nur der Himmel. Dann wird mir irgendwie schlecht davon. Ich weiß nicht warum. Finde den Feueralarm, müssten nicht eigentlich überall Feueralarme sein? Nein, weil das Gebäude erst noch in seiner Bauphase ist. Feueralarme werden erst relativ gegen Ende verlegt. Beziehungsweise in so einem großen Firmengebäude wird es noch ein bisschen anders verkabelt. Aber so richtig anschließend tut man die Dinger eigentlich immer relativ am Ende. Ich habe in sieben Tagen Abschluss und das auch noch an meinem Birthday. Nice. Gott mag es nicht so, wenn du ihn angabst. Ausgestreckt und sollte binnen weniger Tage eine Rückmeldung erhalten. Dann können wir diese unselige Episode endlich hinter uns lassen. Wo wollen wir jetzt hin? Ich weiß was du meinst, das ist mega unangenehm. Na endlich mal jemand, dem es auch so geht wie mir. Ich kannte bisher noch niemanden, dem beim Himmelangapfen irgendwie schlecht wurde. Oder so. Junge, habe ich irgendwas übersehen gerade eben in dem Raum? Höhenangst ist eine Sache der Geländerhöhe hier. Hier lange. Oh, of course. Fuck. Oh Gott, es geht noch höher. Zum Beispiel den Ausblick hier finde ich eher awesome. Wie können Sie für nichts mehr garantieren, ich weiß. Wir hatten diese Diskussion bereits. Welche Diskussion? Wann war das? Hat Noah es dir denn nicht erzählt? Es war vor zwei Jahren. Er ist nach deiner Festnahme bei mir aufgetaucht. Und ich muss sagen, es war ein ziemlich beeindruckender Auftritt. Rechtskunde, Abiturprüfung, mündliche. Ich habe meine mündliche Abiturprüfung in Bio gehabt. Ist schon geil, die Stadt hier. Oh Gott, es ist viel zu hoch. Ich möchte nicht. Ich möchte nicht. Oh mein fucking. Ich drücke mich mal irgendwas. Die Kamera wackelt von alleine durch den ganzen Wind, der hier oben ist. Du bist doch verrückt. Alter. Nein. Nicht sterben. Leider. Bio ist zum Kotzen. Ich fand Bio immer ziemlich interessant eigentlich. Ich fand Bio ziemlich cool. Sollte ich nicht nur irgendwelche Papiere holen? Warum soll ich... Ich habe wohl wieder was verpasst. Ich meine, es macht auch Sinn, dass wir die ganzen Bauarbeiter evakuiert haben. Komm. Komm. Und? Und? Ich weiß gerade nicht mehr. Ich glaube... Ich hatte Biologie nämlich immer ein Jahr auf Englisch und ein Jahr auf Deutsch. Deswegen... Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich meine Abiturprüfung... Ne, das muss auf Deutsch gewesen sein. Englisch macht keinen Sinn. Oh Gott. Was, was, wie sprichst du? Faith? Was war? What? Faith? Lauf doch an der Wand! Übersehe ich gerade einen anderen Weg? Oh. Da war eine Stange zum Schwingen. Ich dachte, da kann ich auch lang. Nope, 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 nope. Ja, ich glaube, ich bin einen anderen Weg lang gelaufen, wie ich sollte. Es bröckelt jetzt schon. Ja, das ganze Gebäude sieht aus, als ob es gleich zusammenstürzen würde. Wow, das Ding ist durch das gesamte Gebäude gekracht. Ich hätte nicht... Genau wie beabsichtigt. Anansi wird einige Zeit brauchen, um sich davon zu erholen, falls es ihnen überhaupt je gelingt. Ein Glück, dass du vorher die Mitarbeiter evakuiert hast, Faith. Sie sorgt sich offensichtlich um andere, Noah. Eine charmante Charakterschwäche, die wir beide mit ihr gemeinsam haben. Zumindest gelegentlich. Genießt den Hausblick, Faith. Aber bleib nicht zu lange dort. Ich gehe davon aus, dass Kruger Sec in diesem Moment Leute entsendet, um diesem kleinen Unfall auf den Grund zu geben. Oh, Jesus, nope. Das? Das? Der Müllsäcke-Doh. Okay. Müsste das Ding in der Höhe dann nicht komplett einstürzen? Eigentlich schon. Ich hätte jetzt gedacht, dass das ganze Hochhaus umstürzen wird. Ich meine, DICE kann ja Explosionseffekte gut, deswegen... Das letzte Mal ist ja auch irgendetwas umgefallen. Das war hoch, ey. Faith muss echt Eier aus Stahl haben, ja. Ich hole mir mal wieder die Runner Vision. Keinen Aufzug benutzen im Brandfall. Und vielleicht können wir dann ja auch eine mögliche Beschaffung dieser Zeichnung besprechen. Faith, Icarus ist verschwunden und ich kann ihn im Bild nicht erreichen. Und wieso ist das mein Problem? Muss ich dir das wirklich erklären? Nein, entschuldige. Gut, ich schicke dir die Koordinaten seines letzten bekannten Aufenthaltsortes. Sieh bitte nach, ob dort irgendwas zu finden ist. Okay. Nice. Oh Gott. Oh, jetzt habe ich wieder einiges freigeschaltet. Alles klar. Dottel Wall Run. Oh, oh Mann. Oh, oh shit. Oh shit, what up. Wall Run. Uh. Und trinken. Erweitertes Rutschen. Hui. Reduziert die Verlangsamung beim Rutschen. Oh nice. Nice, wodurch Faith eine größere Strecke zurücklegen kann, bevor sie zu kriechen beginnt. Aha. Das klingt alles eigentlich ziemlich gut. Effizienteres Klettern. Noch besser. An Rohren und Leitern. Ja. An Rohren und Leitern kannst du schneller klettern. Das kaufen wir. Und das Rutschen kaufen wir auch. Das klingt beides sehr geil. Auf diese Upgrades möchte man doch verpieren. Was wollte ich gerade sagen? Achso, genau. Habe ich das gesagt? Das war kein Brandfall. Das war... Ich glaube, von dem Gebäude sind wir gerade runtergekommen. Von einem ganz hohen. Das war ein Einsturzfall. Das heißt, das ist wieder in Ordnung. Der Turm sollte ordentlich schwanken. Das hat er ja gemacht. Ich habe ja nicht mal in der Maus irgendwie rumgewackelt. Der hat wirklich so geschwankt. Aber dann wiederum, ich bin kein Experte darin, wie sehr ein Hochhaus wackelt, während man drin steht und es gerade am Einstürzen ist. Mit den Upgrades schaffst du bestimmt zwei Sterne plus. Das kann gut sein. Es könnte... Also auf jeden Fall wird es deutlich einfacher sein, hier und da mal noch eine Extrasekunde freizuschalten. Warte. Oh ja, das geht auf jeden Fall schneller, das Klettern jetzt. Demnächst bei Frontal21. Verrückter bringt sich beim Versuch, ein Gebäude hochzuklettern, selbst um. Mirror's Edge hat ihn animiert. Mirror's Edge! Schlimmer als Killerspiele! Warte! Ah, hier fängt jetzt das eigentliche Puzzle an. Okay. Oh, fuck. Ich dachte, das wäre ein Rohr, wo man sich festhalten kann. Scheinbar nicht. Oh, okay. Fuck. Oh Gott, eigentlich wollte ich... Ich wäre höher gekommen, als erwartet. Eigentlich wollte ich nur... Hier drauf. Und dann wollte ich... So. Ach, hier war ich schon. Ich unterschätze, wie weit Faith tatsächlich springen kann. Hier könnte ich saugeil den doppelten Wallrun machen. So, bzipp, rüberspringen, bzipp, und dann wäre ich drüben. Oder ich könnte einfach den normalen Weg nehmen. Das wäre natürlich auch eine Idee. Da war ein Loch. Da war ein Loch. Falls ihr das nicht gesehen haben solltet. Fuck. Was? Wie bin ich jetzt vorhin hochgekommen? Shit. Hier irgendwie so, ne? Oh Gott. Okay. Ähm. Ähm. Faith? Ich. Komm. Ähm. Faith? Ach, ich kann mich einfach hochziehen. Okay. Oh. Das ist aber schon ein bisschen gruselig, ne? Mal kann ich meinen Taschenlampen-Upgrade kaufen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, das war schon ein bisschen erotisch. Okay, okay, warte. Warum bist du... Ich muss aufhören, so viel Lärter. Ich will mich nur dran und dann umdrehen und in die andere Richtung. Aber sie schwingt sich. Ich glaube, sie hat so viel Schwung. So. Vorsichtig. Und dann... Okay. Was ist hier für eine Hardcore-Kletterscheiße? Oh Gott. Ich habe nicht mal gesehen, wo ich gerade runtergefallen bin. Ich habe das Gefühl, ich sollte da besser aufpassen. Rechts. Hoch. Oh, es ist finster. Erotisch. Oh. Ich sehe was. Irgendwas. Oh shit. Oh Gott. Oh Gott, ist das hardcore. Okay. Puh. Puh. Alter, die Kletteraktion. Das war... Das war... Das war... Puh. Oh. Oh. Oh Gott. Nein. Ah. Oh, was war das? Okay. Da war oben was zum Einsammeln. Ich habe nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen. Oh Gott. Alles klar bei dir, Bro. Oh Gott, du steckst mir deinen Beinen im Boden fest. Das ist echt nicht gut. Oh, dafür kriegt man... Dafür kriegt man Erfahrungspunkte. 100 Stück. 100 Erfahrungspunkte dafür, dass ich zwei Typen ein bisschen getreten habe. Ich glaube, ich muss das öfter machen. Eigentlich... Okay. Mirrors Edge mit VR-Brille wäre geil. Würde ich auch gerne ausprobieren. Ich glaube, ich würde es zwar nur so 10 Minuten aushalten damit. Weil es echt krass wäre, aber... Ich würde es trotzdem gerne einfach mal probieren. Wie ist das Spiel so? Ich finde es sehr geil. Ich finde es... Mega stimmig von dem her, wie es ist. Und das Runen macht auch sehr Spaß. Ab und zu habe nur ich so meine Probleme, weil ich gerne Dinge erreichen möchte, obwohl ich noch nicht so wirklich... die richtige Ausrüstung dafür habe. Die richtige Ausrüstung dafür habe. Wenn wir schon mal hier sind, gell? Rinn würde das mit VR-Brille suchten, ja? Oh Gott, wo laufen wir hier am besten lang? Oh, BG-Se... Alles unter Kontrolle. Oh Gott. Okay. Zählt das als entkommen? Die können mich jetzt gerade nicht mehr sehen. Shit. Einen Moment. Können gleich weitermachen. Ich bin gleich soweit. Okay. Oh, das war fast in die Hose. Oh, wie schön viel schneller man hier jetzt hochkommt. Viel besser. Ich glaube, der Helikopter hat keine Lust mehr. Bleiben wir hier einfach kurz stehen. Nice. Okay, hier bin ich... Ich wäre wahrscheinlich hier einfach ins Haus weitergelaufen. Ach, weißt du was? Hier ist gerade... eine Nebenquest. Lass die Nebenquest direkt machen. Bei Plastik. Genau, die Horde und Allianz-Symbole neben dem Namen sind... ist alles eine Werbeaktion von... Warcraft für den Film. Eine deiner Runner-Freundinnen ist verschwunden. Was? Wann? Wer... Was für eine Freundin? Ich frag nicht so viel. Ich weiß nicht, wie sie heißt oder ob du sie kennst. Sie hat mal einen Madagrid-Zugang erweitert, so wie du. Dann war der Kontakt weg. Gib mir die Position. Ich sehe nach. Ich schicke sie dir. Tut mir leid, Faith. Es ist nicht deine Schuld. Wie findest du den Stream aus deiner Sicht? Aus meiner Sicht? Jetzt gerade ist das einfach nur ein Shit-Stream. Weil ich rede ja kaum, weil meinem Hals es heute nicht so gut geht. Ich allgemein so ein bisschen angeschlagen bin. Ne doch, das passt. Hat auch noch andere Gründe, aber... Das ist so einer der Hauptgründe. Sollte sie jetzt ihre letzte bekannte Position anzeigen. Ich hab den Kruger-Sackfunk angezapft. Sie reden um eine Runnerin, die sie in die Enge getrieben haben. Ich wette, das ist sie. Der Madagrid ist es wirklich wert, angezapft zu werden. Du müsstest mal hören, worüber sich die Familien so unterhalten. Viele von ihnen machen sich Sorgen wegen Reflection. Und ein paar sind auch der Meinung, Kruger würde es zu sehr forcieren. Handelt dieses Ding meine Stimme um? Oder hat es eine eigene Stimme? Alles klar. Lieferauftrag öftigbar. Moment. Wie komm ich da hoch? Oh, macht der vielleicht jeden, der sich auslöscht. Oh, warte. Nein, bitte. Bitte. So cool aus einfach. Mit den Farben und mit allem. Hatte eine andere Runnerin gebeten, Erweiterung Metagrid-Zugang zu helfen. Steckt jetzt in Schwierigkeiten, sitzt in der Falle von Einheiten umstellt. Das heißt, bisschen kämpfen. Auf keinen Slushy machen will sonst wer ein. Oh, Slushy wäre jetzt sehr lecker. Ich bin jetzt da. Genau wie Kruger's Heck. Ich könnte sie vielleicht von dort abziehen. Was brauchst du dafür? Um ihren aktuellen Befehl außer Kraft zu setzen, muss über ein verifiziertes Terminal Alarm gegeben werden. Da ist eines in deiner Nähe. Du kannst sie natürlich auch einfach angreifen, aber meine Methode macht mir Spaß. Was ist das Terminal? Hier. Ja. Ähm. Okay. Ich, ähm. Ähm. Okay. Warte, gut. Ries. Ich konnte mich da oben gerade eben nicht mehr bewegen. Ich bin beim Terminal. Machen wir das. Gut. Ich hitt mich rein. Und? Das war's. Sie blasen den Angriff ab. Deine Freundin sollte jetzt in Sicherheit sein. Wer sagt, dass rohe Gewalt keinen Spaß macht? Suck it. Du solltest deiner Freundin Bescheid geben, dass es jetzt sicher ist. Das Spiel gibt einem sogar die Möglichkeit, auf Kampf zu verzichten. Ja klar. Du hast allgemein, hast du ja immer die Wahl, ob du lieber weglaufen willst oder kämpfen willst. Weil ich glaube, bisher haben die dich nur ein einziges Mal in einen Kampf tatsächlich reingezwungen. Oder zweimal. Aber ansonsten kannst du immer selbst entscheiden, ob du kämpfst oder ob du wegläufst oder was auch immer. Yes, yes. Dennis. Was soll das? Warum followst du? Na, herzlich willkommen natürlich. Diene dich an der Käseplatte. Das war keine Absicht. Eigentlich wollte ich entlangrennen an der Wand. Oh, ich sehe das Glas. Ah! Ähm. Ich dachte, ich kann einfach zu ihr reinspringen und dann... Hoppala. Ah, okay. Hey, die Luft ist rein. Krugasek ist weg. Du bist Face, stimmt's? Hat dich Plastik geschickt? Face. Ja, hat sie. Danke. Ich dachte, ich bin geliefert. Im zweiten Teil gibt es keine Waffen. Nein. Wir sehen uns. Also, die Gegner können Waffen haben, aber du kannst keine Waffen mehr haben im zweiten Teil. Arbeitskollege meinte, es gibt Gerüchte, dass auf der E3 Bethesda ein Remastered Skyrim rausbringt. Nö, nein. Also, ich habe die Gerüchte jetzt nicht gehört oder so, aber... Die würden niemals Skyrim einfach remastern und neu rausbringen. Das macht ja gar keinen Sinn. Das ist ja noch gar nicht mal so lange draußen, dass sich ein Remaster lohnen würde. Sagen das mehrere Quellen. Ich habe bisher noch von nirgendwo gehört, dass es uns... Es macht auch geschäftlich gesehen überhaupt keinen Sinn, dass die Skyrim Remastered rausbringen. Deswegen... Schlecht. Ja, also, die haben das Kampfsystem von Mirror's Edge komplett überarbeitet. Du kannst jetzt deutlich mehr im Nahkampf machen und sowas. Viel mehr Kombos machen und solche Sachen. Dafür, dass es jetzt keine anderen Sachen mehr gibt. Also, ne. So. Jetzt lass uns nochmal zu diesem Gebäude hingehen. Wo... Wenn ich noch einmal versuchen soll... Aktueller Lieferauftrag verfügbar. ...da hochzuklettern, kriege ich Hämorrhoiden. Aber... Jetzt sollte das Ding eigentlich auf jeden Fall funktionieren. Oh, das ist so sexy. Das neue Sliden. Androsch! Danke. Nimm dir Kekse. Ah, mein Hals, Mann! Einfach Dami, danke! Nimm dir... Nimm dir alles, was du brauchst. Ja, oh! Fuck. Nimm dir Erdbeer-Joghurt. Das Remastered bezieht sich wahrscheinlich eher auf PS4, Xbox One Release. Das kann sein, ja. Aber auf dem PC wird es bestimmt gern Remastered geben. Benutzt, 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 benutzt. Ich dachte, es wäre zum Schwingen, so ein Ding, aber irgendwie... Ist das Spiel Open World? Ja. Kann man öffentlich laufen? Ja. Ja, ja, ja. Ich... Was tut mir? Einfach auf die falsche Taste gedrückt. Das war meine Schuld. Das ist jetzt gerade einfach nur ein Clusterfuck. Okay, komm, jetzt. Bitte. Das reicht. Wirst du auch Watch Dogs 2 streamen? Ähm... Weiß ich noch nicht. Also... Ich habe noch nicht Watch Dogs 1 gespielt. Deswegen, ich kenne die Story nicht und so weiter. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich da Watch Dogs 1 jetzt machen werde. Na, komm. Tja. Das war wohl... Ich... Was? Ich sehe... Nichts. Was? Hallo? Ist ja echt gemein. Was machen die hier? Ich sehe gar nichts. Ähm... Wie komme ich da hoch? Hä? Okay. Okay, Bro. Ah, okay. Ich sehe hier gerade einfach nur Darkness. Oh, Gott. Ich bin... Was ist passiert? Ich bin irgendwo runtergefallen. Das ist ja fies hier, ey. Ein fieses Kletterrätsel, ey. Ach, okay. Puh. So richtig finster und alles. In der Dunkelheit sieht man doch gar nichts. Nicht zu schnell. Okay. Äh. Ich werde eins mit der Wand. Hallo? Nice. Oh, Gott. Oh. Fuck. Watch Dogs 2, sobald ich weiß, komplett neue Story bekommen. Na, hoffentlich. Gut, ich weiß... Ich habe Watch Dogs 1, wie gesagt, nicht gespielt. Das heißt, ich weiß nicht, ob das eine Story war, die man fortsetzen sollte oder könnte oder... Äh, was? Ich dachte, ich könnte auf das Rohr mich dran heften. Wie sieht der Plan für heute aus? Ich wollte ziemlich genau bis jetzt das eine Game machen und... Also Mirror's Edge und dann vielleicht auf Witcher umsteigen. Muss ich mal gucken. Okay, in dieser Ecke bin ich jetzt fertig. Ähm. Kann ich da auch schnell reisen? Habe ich das freigeschaltet? Ne, die Grid Note habe ich nicht freigeschaltet, aber irgendwie komme ich trotzdem da rein. Okay, was... Was geht? Hier sind noch zwei Runs. Die mache ich jetzt erstmal nicht mehr. Ähm. Hier habe ich noch einen Bonus, was ich freigeschaltet habe. Okay, pass auf. Ich glaube, ich würde noch gerne ein paar extra Sachen einsammeln. Die Fortsetzung wäre dumm. Ah, okay. Pusch, für dich war Watch Dogs GTA mit ein paar Zusatz-Gimmicks. Aha, okay. Alles klar, Alessi. GTA mit Zusatz-Gimmicks. GTA, da kann man nicht hacken. Deswegen Zusatz-Gimmicks. So wie GTA, bloß halt mit Hacken und mit den anderen Zusatzdingen. Das meint er ja damit. Freischaltung. Haben die sich gerade gehigh-fived? Ich high-five dich mit dem Fuß. Fühlst du eigentlich... Oh, cool. Matratze. Matratze. Äh, dann... Das wollte ich eigentlich schon das letzte Mal machen. Was ich jetzt noch gerne machen würde, ist... Diese Grid-Node da drüben zu hacken, damit ich mehr Reisepunkte freischalte. Oh, ich war noch nie in den Duschen. Gieste Mal. Wir sind keine Barbaren. Wir haben auch Duschen. Ich glaube, das wird hier immer noch der schnellste Weg sein, ja. Es wurde so sehr gehypt, dass es am Anfang viele Leute gekauft haben... ...und dann haben sie es in die Ecke gepfefferdecht. Was? Nö. Das ist nur eine dieser wiederholbaren Quests. So nice, wie man gar nicht mehr langsam wird. Der animierte Mantel war Hammer. Das stimmt. Was braucht ihr alle? Das ist ein scheiß Problem. Warte, was war das für eine Mission? Ach, das ist mit der Ablenkung, was ich nicht gerafft habe, wie das genau funktioniert. Das sind die besten Wege, wo man sich so schwingen kann. Ah, nice. ...dass mich wieder einzugewöhnen. Aber du machst das gut, Faith. Die anderen sehen zu dir auf. Sogar Icarus, denke ich. Wie auch immer. Es ist jedenfalls gut, dass Dogen und deinem Angebot interessiert ist. So werden wir dieses verdammte Laufwerk los und du begleifst deine Schulden. Das ist so krass, wie viel schneller man hier jetzt unterwegs ist, nachdem man die Skillpunkte verteilt hat. Oh, ich habe sogar noch einen Skillpunkt, siehst du mal. Dann, gib mir mal den doppelten Wallrun. Das sieht auch ziemlich cool aus. Das Gameplay war wohl auch nicht so... Also das Einzige, an was ich mich erinnern kann mit Watch Dogs 1 war, dass kurz vorm Release, oder in einem Trailer, den die gezeigt haben, sah das mega detailliert und so weiter aus. Und als das Spiel dann rausgekommen ist, wahrscheinlich auch wegen den Konsolen und so weiter, als es dann rauskam, gab es mega das Downgrade und so. Das war das, was ich mitbekommen hatte, wo die meisten Leute irgendwie enttäuscht waren oder irgendwie sowas. Watch Dogs 1 habe ich immer noch PS4, behalte ich Watch Dogs geilstes Gameplay. Cool, dass es dir so gefällt, Spot. Ich mag den Enterhaken nicht. Das Seil, was ich hier derzeit benutze. Echt, warum nicht? Ich finde den Hammer. Weil ich bin jetzt die ganze Zeit normal gerannt. Und dadurch werden noch so viele Optionen möglich und so. Im gesamten Stealth-Part in Watch Dogs kann man sich, soviel ich weiß, auch komplett sparen, weil man mich, weil man sich gnadenlos durchballern besser durchkommt. Ah ja, stimmt, habe ich auch gehört, ja. Oh, was sind die gelben Strahlen? Ach, das sind Stanken, okay. Oh, lecker. Auf so einen Slush hätte ich jetzt voll Lust. Junge! Äh, Mädel! Ist ich so glitschig? Äh! Äh! Hm. Diesmal ist es hier keine Wand, wo ich mich... Oh mein Jesus, was habe ich getan? Wo bin ich gelandet? Okay. Alles unter Kontrolle. Bin ich hier quasi... fast wie am Anfang. Oder kann ich jetzt einfach da hoch? Ach so, stimmt, ja. Ich wollte viel zu kompliziert wieder denken. Ich muss versuchen, die Chancen zu ergreifen. Mua! Faith, bitte. Fuck! Okay. Oh, nein! Fuck! Nase hat gejuckt! Fucking... Ich bin zu weit vorgestolpert. Hast du eine Truhe, die minus 18 Grad hat? Leider nein. Mein Nasenloch. Gut, dann nehmen wir den normalen Weg. Ich wollte jetzt so Special-Wege hier nehmen. Ach, hier muss ich hin. Okay. Okay, sonst bewegt sich nichts von den Dingern. Gut. Ähm. Ähm. Äh. Wieso bin ich jetzt hier rein? Oh, da oben ist noch eine Brücke. Ich muss da oben über die Brücke. Okay, okay, warte. Okay, 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 okay. Okay, okay, thanks, bye. Darf ich den Sprung? Wow! Nein. Tod durch sekundäres Nasenjucken, ja. Steht am Stand mit einem Slush-Eis. Slush-Eis, Slush-Eis. Mit Käse-Geschmack. Ich glaube, das wäre nicht unbedingt besser mit Käse. Iiiiih! Oh, Mann! Ich wünschte, ich wäre tot. Oh, hier ist noch ein Weg. Oh! Oh, nice! What the fuck? Alter. Check this out. Alter! Was die sich... Mir gefällt, was die sich hier ausgedacht haben. Ähm. Ha! Ha! Oh! Holy shit! Alter! Nice! Nice, bro! Nice! Oh, Gott! Nice! Nice! Puh! Damn Combos, though! Ich habe auch Cola, Kirsch, Waldmeister, Blaubeeren. Oh, lecker! Ich glaube, ich hatte jetzt gerade echt Bock auf Blaubeeren mit Kirsche. Ich finde beim Slush immer so geil, wie da aussieht, wenn du so blau mit rot mischst und alles. Wenn du dann so zwei Schichten hast. Und dann aus der einen Schicht trinken kannst, den Strohhalm weiter reinsteckst und aus der anderen Schicht wieder trinkst. Sekundäre CCU? Wo? Es gibt mehrere? Fuck. Mir gefallen die Jumping-Puzzles so gut in dem Mirror's Edge. Das ist der Hammer. Oh, oh. Oh, ich hab mich noch nie angeguckt während dem Hangeln. Das sieht irgendwie sexy aus. Damn, damn. Guck dir meine Oberschenkel an. So trainiert. Oh, yeah. Oh, baby. Yeah, yeah. Okay. Das reicht. Waldmeister ist auch lecker. Da will ich hin. Also eigentlich müsste das zu schaffen sein. Ja. Nice. Jetzt krass, wie viele mögliche Wege man jetzt... Bei der ersten Grid-Node, die war noch relativ simpel. Und jetzt kann man so viele verschiedene Wege laufen. Voll krass. Voll gut. Nice. 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 sy mundo. Wahnsinn. Cheeseعت superficie. Ich glaube tatsächlich hier dann. Ich glaub tatsächlich, hier Alter, nice. Wirf den leeren Slush-Basher weg. Stound der Perverse. Was? Warum? Achso, meine Hüftbewegung. Dann kann ich nicht widerstehen. Einmal Bacon Slush mit einer Schicht Käse Slush darüber. Das würde mich echt mal interessieren. Wie sowas schmecken würde. So ein deftiger Slush. Hier? Ja? Kann irgendjemand vielleicht diese 1000 Watt-Bieren rausnehmen? Jesus. So, damit auch das Nachbargebäude alles sehen kann. Was genau ist ein Slush? Google einfach. Äh, also... Es ist... Google doch einfach, lol! Ne, aber im Prinzip ist es... So ähnlich wie Crushed Ice. Bloß noch feiner gecrusht. Ganz so eine Eismasse quasi. Mit Geschmack. Und das kannst du in... Bei uns zum Beispiel... Manchmal gibt es Stände in der Stadt bei uns, wo du das kaufen kannst. Oder in unserem Einkaufszentrum. Also sprich in Einkaufszentren. Da kannst du auch Eis und andere Sachen kaufen. Da gibt es auch einen Slush-Stand. Und so. Bei Stadtfesten und sowas. Da gibt es meistens gebrannte Mandeln und irgendwo auch einen Slush-Stand. Vor allem, wenn... Ähm... Gerade irgendein Fest ist oder so. Neues Spendenziel. 600 Euro für eine Slush-Maschine. Sind die... So teuer sind die doch wahrscheinlich gar nicht, oder? Ich glaube, die sind nicht so teuer. Nice. Und alle Lichter gehen aus. Ich finde diese Grid-Node-Runs richtig cool. Nice. Muss ich mal ausprobieren. Woohoo! Yeah! Oh, damn! Woohoo! Nice! Oh! Und wir haben die Reiseziele freigeschaltet. Sehr cool. Okay. Hier ist nämlich noch ein... Noch so ein Kit. Jetzt können wir direkt schnell reisen. Sehr gut. Klingt lustig. Komisch, dass ich dem noch nie begegnet bin. Echt? Muss ich mal gucken. Screen hacken. Ich hab den Screen schon gehackt? Achso, stimmt. Hier war ich schon mal. Ich hab nur noch nicht die Schnellreise freigeschaltet. Ghost Road. Dang. Ist da? Sieht aber langweilig aus. Egal. Hier bin ich am weitesten jetzt. Das ist das Neue. Ich find übrigens auch, dass sie hier mega cool aussieht. Faith. In dem Screen hier. Voll detailliert und alles. Voll gut. Darf ich den Link zu einer 1,5 Liter Maschine posten? Ist die kleinste und günstigste, die ich gefunden habe. Klar. Und wie viel kostet die? Weil 600 Euro klingt echt eigentlich ein bisschen zu viel. Hier ist noch eine Belohnung. Jetzt kann ich auch hierhin schnell reisen, oder? Genau. Haben wir beide Reisepunkte freigeschaltet damit. Tatsächlich 600 kostet die. Weil Slush-Maschinen sehen immer so simpel aus. Deswegen dachte ich, die wären irgendwie billiger. Hm. Liefere ein Paket unbeschädigt ab. Die Belohnung lag da wohl echt lange rum. Okay. Belohnung haben wir geholt. Dann haben wir hier noch eine Nebenquest. Ich glaub dann das nächste Mal. Ich weiß nicht. Ihr könnt mir gerne im Chat kurz schreiben. Würdet ihr gerade lieber Mirror's Edge gucken? Oder Witcher? Also Blood & Wine Erweiterung. Mir ist beides gerade recht. Ich hab auch bei beidem gerade Lust, so ein paar Quests zu machen und sowas. Also schreibt einfach in den Chat. Dafür brauchen wir keine Umfrage wahrscheinlich. Ganz einfach. Schreibt einfach rein und dann gucke ich, was mehr im Chat steht. Würde mich mal interessieren, auf was ihr jetzt gerade so Bock habt. Wurzel möchte eher Witcher sehen. Stardew Valley, ja. Stardew Valley gibt's natürlich auch noch. Oh, Baby. Zu hoch. Das schnellere Hochklettern ist ohne Erleichterung. Eher Mirror's Edge. Bei Witcher muss man aufpassen. Ja, um noch was mitzubekommen, ja. Ich finde Maschinen für 50 Euro. Touren findet Maschinen für 50 Euro. Mit 50? Ich hätte eher also an so 100 gedacht, aber ja. Was haben wir jetzt? Witcher. Witcher. Zweimal Witcher. Und eins, zwei, drei, vier. Viermal Mirror's Edge. Und Shizu sagt auch Witcher. Also dreimal Witcher, viermal Mirror's Edge. Okay. Es gibt Maschinen für 40 plus Euro, ist dann halt einfach Crushed Ice plus Sirup. Ah, okay. Die eine Quest können wir hier auf jeden Fall noch machen. Hilf mir auf die Sprünge. Was ist das? Kunst, Faith. Kunst. Echt? Bist du sicher? Witzig. Hör auf ihn zu dissen. Hör auf ihn zu zerstören oder hast du Lust auf ein bisschen Arbeit? Tut mir leid. Schieß los. Okay. Es heißt Kruger Arms entwickelt einen neuen Sensor-Chip für Drohnen und ich denke, wir sollten einen abgreifen. Die Frage ist nur, wo sie sie aufbewahren. Irgendwo bei Kruger Arms vielleicht? Hast du einen Clown gefrühstückt? Also einer der Mitarbeiter dort wollte mir die Infos eigentlich verkaufen, ist jetzt aber wieder abgesprungen. Ich dachte mir, du könntest einfach bei ihm einbrechen und sie stehlen. Klar. Klingt nach nem Plan. Cool. Ich schick dir seine Adresse. Ist quasi um die Ecke. Lisa sagt auch Witcher. Dann haben wir viermal Witcher und viermal Mirror's Edge. Okay, weißt du was? Dann... Ich mache noch... Ich mache noch diese Nebenquest. Ich schätze mal, er hat einfach Schiss bekommen, dass man ihn erwischt. Hoffentlich hat er die Infos überhaupt noch bei sich zu Hause. Oh, das war noch Teil von dem einen Run hier. Ich kann mich noch da dran erinnern. Optimale Route. Optimale Lags. Einbruch. Drohnenchips sollen wir sammeln. Okay. Es dauert ja nur so fünf bis zehn Minuten. Hast du mich Spinne genannt? What the fuck is wrong with you? Das war's. Er ist aus. Gut. Der Typ wohnt im obersten Stock. Ich habe hier ein Runner-Symbol gesehen. Ich habe hier ein Runner-Symbol gesehen. Wow Nice Nice Warte, warum bin ich Warte, hab ich das alles nur für den Koffer gemacht? Ne, da drüben ist noch Hm Ja, das zur Quest Ah, war das ne Abkürzung oder sollte ich hier lang laufen? Das sah so crazy aus Alter, Faith wär so ne Gute Einbrecherin Die Verbrecherin Achso, hat nicht irgendjemand letztens gefragt, warum Mirror's Edge keine Innereinrichtung hat? Hat es doch Was hättest du eigentlich von Overwatch? Ich war noch Ich war Ich bin nicht so der PvP-Shooter-Fan Irgendwie Deswegen Nicht so viel Okay, ich hab sie Zeit zu Und da kommt jemand vorbei Oh Guten Tag Goddammit Oh, das ging Nice Ich bin draußen Und hab die Dokumente Ich wusste, du schaffst das Komm später vorbei Dann sehen wir uns an, was genau du da hast Ich schätze, er hat seine Freunde gerufen Halt dich besser erst mal ne Weile bedeckt, Faith Ich hab nicht gesehen, dass er noch ein zweiter war Gesehen Nice Nice Das war schön clean Okay Was haben wir hier noch? Fokus Wir haben noch Kampf Noch ein bisschen Positionstausch Oh cool Gelange schnell in den Rücken Deines Gegners Oh ja Leichte Übergangsangriffe Bauen dein Fokuschild stärker aus Okay Ja, ich mach erstmal das hier So ein Combo-Ding Kaufe die Hälfte von Faiths Upgrades Nice Oh, sogar direkt noch ne neue Mission Nochmal mit den Drohnen Kann man direkt weitermachen Okay, aber das machen wir dann das nächste Mal Ich glaube, ich werde jetzt erstmal ne Runde noch Witcher spielen